Das wir... Nein, nein, Agnes ist meine Cousine und wir beide helfen einer älteren Frau bei Gartenarbeiten. Frau Vogel ist eine Sisele. Vielleicht musstest du auch mit uns zu ihr. Meinst du ernst? Eigentlich habe ich vier Zeit. Aber was sagt Agnes dazu? Oh, Fertz... Meinst du ernst? Fass mich dagegen, wenn ich mit euch gehe. Warum sollte ich etwas dagegen haben? Lukas hat schon so viel von dir erzählt. Du bist nett, sympathisch, hilfsbereit. Du schreibst Gedichte. Gedichte? Ich versuche... Alles, ich nenne. Sie war so traurig, als ich gesagt habe, dass ich nicht komme. Ich sollte mit ihr reden. Ich sollte das wissen. Nein, nein, das ist mein Schuh. Ich habe nicht genug Zeit für sie. Sie wollte gestern mir etwas sagen. Aber ich holte sie nicht. Gott, wo ist sie? Ich habe die Wahrheit über Chris erfahren. Ich habe Frau Vogel und Agnes kennengelernt. Und Lukas. Liebe, was... Ich habe meine... Und dann, dass du wieder bist. Doch ich verspür, wenn ich wiederkomme, alles noch bei allen, wie ich es. Ich lieb mir klein, bis in welcher All. Ein Jahr, der in der menschlichen Schall. Ich will in dieser Stelle sein, bis in welcher Land. Ich will in dieser Stelle sein, bis in welcher Land. Ich habe hier eine Hauze, Aumula August, wie so Au, nicht Au, sondern Aumula, August, Aumula. Was sind Sie? Nein, warum? Ich habe hier eine Hauze, Aumula August. Wie so Au? Nicht Au, sondern Aumula August, Aumula. Und, und das hier, die postalische Benachrichtigung. Ein angenehmes Ververlustamt. Wenn eine hier vernünftig ist, dann bestimmt ich. Ich handel nach meinen Vorschriften. Ist ja gut, aber nun machen Sie schon. Das muss ich mir erstamtlich bestätigen lassen, dass die Straße umbenacht wird. Danke, das ist aber, ey, dich selber, vielen Dank. Also, Sie haben Glück. Es ist wahrhaft nicht dieselbe Straße. Sagte ich doch. Also, das stimmt. Nun bitte Ihren Aufwand. Sie, das dachte ich mir. Ein Locking-Wieber in der Tasche. Da, da, da ist er. Warten Sie. Das haben wir gleich. Im guten Gantel, dann sieht er. Das gute Ruhe sehen wir natürlich aufrennen. Vielen Dank. Vielen Dank.